So, da sind wir wieder, der Pumba, der aus Highland und meine Wenigkeit, der sich selber durchrennt. Secret Mystery! Genau. Wie wir sehen, ich hab den Schamanen geholt, wir haben alle ein bisschen Aua. Und wir sitzen hier in COP, da, wo wir schon mal waren, wo es für den Pumba nichts gebracht hat. Bringt immer noch nichts, weil ich die Viecher nicht treffe. Ich bin der Einzige, der sich trifft, das macht nichts. Nee, mit dem Aufzug krieg ich die auch. Ja, stimmt. Genau. Wir sind hier, weil wir den Silent ein bisschen leveln wollten. Der ist nämlich, wenn wir die Party gucken, was ich jetzt mache, weil ich sonst mein Partyfenster zeigen würde, weil ich sonst extra pixel müsste, weil ich einen Schamanen drin hab, der ist Level 59. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben oder beim Silent auf den Kanal gucken. Irgendwo hier verlinke ich ihn mal. Welche Folge ist das? Ich weiß es nicht. Ich schau grad mal nach. Folge 1. Folge 1. Bei mir Folge 1, bei mir Folge 4, okay. Kann nicht sein, kann nicht sein, Dicker. Kann nicht deine Folge 1 sein. Du hast mit mir schon aufgenommen. Folge 4, äh, ja. Also, mit dir hab ich aufgenommen, ja, aber ich hab selber nicht aufgenommen. Oh, okay. Dann Folge 1. So, folgt ihn natürlich und favoritiert und abonniert. Genau. Natürlich bitte auch. Also, let's go. Wir wollen den Level 60 machen, den Silent, dass der MD3 Part Davis, ja, ja, dass der MD3 Part Davis machen kann. Dann können wir den Pumbauer noch ein bisschen leveln. Guck, kriegst du gut XP? Äh, heute machen wir um. Oh, den nochmal um so. Ich trebe die Viecher nicht, Mann. Also, bei mir hat sich gerade überhaupt nichts geändert bei den XP. Lauer. Ja, muss, 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 okay. Ah, ich weiß warum, scheiße. Er kriegt keine XP, ne? Genau. Schamane ist zu groß. Oh, Jürgen ist ein Schamane. 87 ist der. Und jetzt zu hoch. Okay, Bro. Scheiße. Ja, fuck. Ja, weil 87 minus 19 macht bei mir 66. Ja, scheiße. Ja, ist es auch. Deinen Schamanen hast du nicht mehr, ne? Nee, und selbst wenn der es beim Debuff im Account ist, bringt gar nichts. Ich mach das jetzt anders. Gut, wir haben die Schamanen Buffs, haben wir ja. Die halten nicht ewig. Ja, wir haben die ja noch 8 Minuten. Die hatten ja jetzt auch 8 Minuten, circa. Ich mach's an, dass ich hol den Schamanen jetzt um die Ecke. Ja, raus, rein, raus, machst du Schwein. Ja, genau. Ah, ja. Das ist besser, als keine XP kriegen. Hilfe, Hilfe. Okay, Allah, ich gebe das angelacht. Kevin macht Schaden. Hau. Ja, passt den HP auf, Mann. Krieg ich runtergezogen, sorry. Von hinten kann ich ihn nicht angreifen. Ja, muss von vorne. Ja, mit so einer Hitbox. Was ist denn jetzt mit XP? Schon welche gekriegt? Von 89,88 bin ich jetzt auf 90,3. Sollte auch den Panda wieder reinmachen, ne? Ja. Ja, schick mir den Igel nachher zurück. Sorry, Panda. Der Panther. Ja. Schick mir den Igel einfach nachher, nach der Aufnahme zurück. Ja. Natürlich, weil muss nicht jeder sehen. Genau. Also ich bekomme hier circa ein Prozent pro Mob. Ja, das geht ja. Der Killspeed dürfte auch noch einiges machen. Was Schöne ist, ich kann hier gar nichts machen, außer hinterherrennen und Geld sammeln. Hehehe. Pumma in der natürlichen Umgebung, let's go. Ja, ich sehe gerade meine... Ich habe meine Musik nicht an. Ja, moin. Man kennt ihn. Sei mal. Den höchsten Schaden, den ich mache, ist 3K. Du machst Schaden? Bei mir steht einfach nur Miss. Ja, ich mache halt mit meinem Half-Swing Schaden. Ja, Half-Swing trifft halt nahezu immer, wenn du von der Position stimmst. Mann, ey, ich kann meinen Booster kaum schütteln. Mit links machen. Aua. Die machen aber schon ziemlich viel Schaden. Die machen viel Schaden. Ich evade die halt komplett. Ja, 1600. Naja. Mal guckst, ich evade die fast komplett. Ja, zwischendurch treffe ich auch mal mit 3K, aber dann ist Feuer am. Naja. Dann denkt er sich so, okay, ich lasse ihn mal rein. Naja. Wieviel fehlten denn noch bis Level 60, sag mal? Nach dem Mob sollte ich... Moment. Ja, nach dem Mop... Nach dem nächsten Mob bin... Ähm, nur noch... Hier, aber... Okay, aber okay. Das geht schnell. Das sind die kleinen Mobs. Ich habe zwischendurch voll die Standbilder. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob hier irgendwo eine Safe ist, jetzt würde ich einen Schamanen dahin bewegen. Das ist eine gute Frage, das kann ich dir auch nicht beantworten. Ben, dann ist die weiter drinnen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, den Schamanen, den level ich ja auch aktuell. Bei dem kann ich es mir nicht leisten, dass der irgendwo stirbt. Ey, easy, mach dir keinen Stress, Digga. Ja, ich habe jetzt noch... Aber komisch ist das, komisch ist, dass der Schamane schon höher ist wie dein Hauptcharakter hier. Äh, wie der Let's Play Charakter? Das liegt auch daran, weil ich einen Schamane immer dabei habe. Ich brauche Schamane, was geht. Gucken wir mal, wie viel Damage ich mit Schamane mache. Ja, gut, ja. Ja, aber du verstehst, was ich meine. Auch an so einem Level, wo du mit mir abziehst. Ja. Ich habe meinen Mane jetzt komplett ausgezogen. Ja, ich lasse mal ein paar Beheads übrig nach dem Mob hier. Ich habe kein Beheading sogar drin. Was sollst du drin haben? Zieh es dir mal rein. Oh, 1700 Schaden habe ich bekommen. Wahnsinn. Aber das ist krass, dass der Schamane für dich zu groß ist, Mann. Ich meine, wenn du nicht hinterherlevelst, Pumba, ist der Schamane mit 90 dann auch zu groß für dich. Das hat sich ja jetzt geändert durch VOD. Da freue ich mich schon echt drauf, wenn wir mal VOD abhängen. Ich denke mal, die ersten Level, die müssten ja eigentlich Rakizaki dann gehen, ne? Also wenn wir da mal eine Party aufstellen, wo du alles pixeln darfst, dann geht das richtig zufrieden. Ja, da werde ich sowieso wahrscheinlich sitzen, weil die Mops machen ja echt einen Harden Damage. Ja, du kriegst Prozesse. Das ist genauso wie die A9 Party. Dann ist einfach das Chatfenster, das Partyfenster gepixelt. Und alles andere ist ja sowieso bei mir eingestellt. Ja. Wenn du verstehst, was ich mir mache. Ja, 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 na ja. Genauso, jetzt das Partyfenster seht ihr alle gepixelt, auch wenn er noch nicht drin ist. Ja. Weil ich keinen Bock habe, dass ich da durch richtig Ärger kriegen könnte. Ja, weil ich mag das nicht, wenn die Chars angezeigt werden. Hier, kannst du mal beherden, dann hast du den Mana, Kevin. Ich behälte die schon die ganze Zeit. Also ja, ich achte da nicht drauf. Ich muss mal gucken, nach der Aufnahme, weil nach einem Song läuft das schon wieder auf, war das so schwierig, deswegen. Komisch. Aber ich habe jetzt auch keine Playlist im eigenen... Der hat die die doch auf den USB-Stick, meine... Äh, die habe ich ja auch offen, aber der geht halt in die uns kompletten Songs nicht durch. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber was für einen Browser nutzt du, was für eine Dings nimmst du? Ganz normaler Windows-Ding. Ja, ich nehme Winamp. Na gut, wahrscheinlich muss ich auch erstmal alle auswählen. Ja, natürlich musst du alle auswählen. Du musst bei Winamp, habe ich die alle in der Liste drin und der sortiert die durch. Das sind ja, wahrscheinlich 27 Stunden Musik da drin. Oh, jojoj. 27 Stunden Musik ist schon okay. Ich würde es ja gerne erweitern, aber es ist nicht mehr die Möglichkeit, dass man sich die separat auf dem PC ziehen kann. Weil ich muss sagen, der Kollege, Copyright-Musik hat ja wieder sehr, sehr viele No-Copyright-Lieder da, die ich nütze könnte. Aber ich kriege sie nicht runter. Wenn dann müsste ich einmal alles, was ich da hat, mal runternehmen, mit meiner Playlist bearbeiten. Und das ist natürlich doppelt, habe ich dann doppelt. Das schmeißt er direkt raus. So, aber das bringt mir ja natürlich nichts, wenn ich runtergeladen kriege. Mhm. Jetzt dafür extra spotty auf dem PC zu machen, wäre ja schwach. Ja, ja, ja. Im Moment bin ich jetzt noch nicht. Ich bin sehr krank geschrieben. Sehr krank geschrieben, ja. Sehr krank geschrieben, da ja da mit meinem Problem mit meinem Herzen. Da geht es auch noch mit meinem Arzt. Ich dachte, irgendwann, ne, irgendwann schreibe ich mal diese Firma an. Ey, wollt ihr kein Partner von mir werden? Ich supporte euch. Was ist denn mit dem Giant da vorne? Den schnappe ich mit leichter. Ich will kurz schon mal an. Wäre im Moment auch ein sehr günstiger Partner. Schickt mir einfach kostenlose Proben zu und ich supporte euch. Irgendwas ist in meiner Hosentasche. Er hat mir Punkt, manee. Ich sitze hier noch in kompletter Hose. Hehehe. Ja, wir müssen einfach mal hier mit dem PS überarbeiten, dass wir den mal weiter benutzen können. Hm, ja klar. Wir können ja auch machen, der hat ja auch Support-Rechte. Ich meine, wir könnten uns halt nach der Aufnahme oder so mal hinsetzen. Da kann ich auch mal eben hingehen und ein paar Ränge erstellen. Mit Discord. Find ich ja eine gute Idee, ja nicht. Zum Beispiel Discord und, äh, TS. Das hatte ich ja auch schon mal. Im Discord sind wir sowieso öfter, wie im Teams. Ja, genau. Da hatte ich ja auch, hatte ich dir auch schon mal gesagt, ähm, da ich auch, äh, separate Ränge erstellen kann für die Aufnahme-Channel und alles. Ja, ich weiß. Weil im Moment kann da halt jeder reinschauen. Ja, aber wenn der voll ist, ist er voll, dann kommt keiner mehr rein. Ja klar, aber trotzdem hätte ich halt lieber, äh, so. Jetzt nicht mit dem Cursor über den Namen, junger Mann. Ja, alles gut. Ja, weil ich hatte mal das Problem. Das war nicht mal ich hab das gemacht, sondern Cold Mystery ist voll da reingelaufen. Ich, ich weiß noch. Ich weiß noch, mit der Mage. Ja. Das Problem ist, ich hab grad zu dem, äh, zu dem Zapp-Budel geguckt und mein Cursor war voll drauf. Aber hast du nicht drauf, oder? Hm, doch leider. Dann muss, dann muss, dann muss das Pixel, wenn der Name drauf ist. Hm, ja, weiß ich sowieso. Drückt mal bei euch in der Chatbox das rote, äh, das grüne Ding, dass es rot wird. Schloss. Ja. Habt ihr? Ja. So, wenn ihr es habt, dann kommt es ja schon mal in die Party. So. Okay. Lass das rote Ding noch ein bisschen drin, ja? Ja, sowieso. Ja, ich sag halt noch irgendwie 140 Automedes dabei. Ich hab mir hier mal auf dezent, weiß noch, die ganzen Medis gekauft, ganz günstig. Ja. Wo die für 30 Geon oder sowas drin waren. Ach, scheiße, ne. Wo die dann für 30 Geon drin gewesen. Alter, da hab ich mir mal gönnt, da hab ich mir 75.000 Medis gegönnt. Ja, hätt ich aber auch gemacht, ganz ehrlich. Ich hab den leer gekauft, Bruder. Okay. So, Schamane ist gleich wieder mal safe. Ich nehm mir grad schon mal den Giant hier, mal gucken. Ja, Schloss mal drin lassen. Du nimmst ihn dir mal kurz. Ich hab doch gesagt, ich bin kurz. Wurde mir keiner glauben. By the way, der hat mir irgendwie 3% gegeben, der Giant. Ja, die sind doch die stärksten Viecher hier. Gab's sicher auch noch irgendwie die Ifrits? Genau, die sind die zweitstärksten. Oder halt die drittstärksten. Ich glaub, die Giant Species Master sind noch stärker. Okay. Da ist der nächste Giant, den schnapp ich mir auch gleich. Okay, ich schnapp ihn mir früher als gedacht. Pass auf mit deinem Half-Swing, ne? Ich wollte nur sagen, Mama Energy hat 32 Milligramm Koffein. Okay, gut. 100 Milliliter. Meine hat 125 auf 100 Milliliter. So. Und ich bin jetzt gerade bei 40%. Also jetzt ohne Scheiß. Ich habe es selber probiert mit dem Zocken und dem Zeug trinken. Bin richtig fokussiert. Fokus-Pokus, Alter, was geht. Aber vom Feinsten, Dig, Alter. Mhm. Ja, 9 wäre es für den XP geiler gewesen. Aber mit 11 Minuten eben noch Zeit left. Bringt da nischt. Außer wir hätten wieder Schweinsch... Ja. Ja, oder es wäre halt wieder so ein Typ gekommen, irgendwie damals auf andein, wo du den Stress da hattest, ne? Ich hatte Stress da von mir. Oder machst das so, oder nimmst du... Ja, wegen dem Eintritt im Dach. Oder du nimmst auf, so wie ich letztens, und flippst voll aus und denkst so, ja, früher hättest du das nicht gegeben. Was ja auch so ist. Ja. Ja, aber die Zeiten ändern sich leider, ne? Früher gab es noch keine Dates, das darfst du nicht vergessen. Ja, aber trotzdem, wenn du so ein hart eingespielter Zocker bist, wie ich, von früher noch. Legst du dich da erst drüber auf? Ja, klar. Das ging bei mir über zwei scheiß Folgen. Ja. Und ich habe ihn betitelt, das war nicht nett. Das stimmt, aber du kannst es ja auch nicht wissen. Kevin, du hast da was. Und das macht dir Schaden. Den hatte ich dir abgenommen. Aus Versehen. Mit einem normalen Schlag. Aha, Death of Killing Pucks. Könnt ihm Jan helfen. Ach, soll ich mal AR draufschmeißen? Guck, was passiert. Also mit AR würdest du auf jeden Fall fassen. Ja. Mit trifft es auf jeden Fall. Was man mal probieren könnte, wäre hier ein paar Mops zu holen. Ich schaue Protect auf Bumba. Weiß gar nicht, wie viel Prozent Damage ich davon mache. Ja, deswegen würde ich dann halt Protect auf dich schmeißen. Also jetzt zeig mir jetzt auch nur Kritz an. Ja, wie gesagt. Beim Jan ist das so, zwischendurch habe ich so Ruckeler bei Carl Online im Moment. Ja, aber... Ich weiß nicht, warum. Das liegt auch daran, dass du die Combit-Dinger anhast und bla. Also im Chat unten. Die kannst du auch ausstellen. Was für Combit? Ach so, die Dinger da, die Kampfer zeigen. Ja, die Kampfer zeigen halt bezüglich unten im Chat. Die kannst du auch nochmal ausstellen. Die rattern halt auch nur durch. Das hat nichts damit zu tun. Das ist bei mir fast alles ausgestellt. Ich habe gerade erst AR gemacht. Das schaffe ich nicht, was du da vorhast. Ja, alles gut. Ich meine ja nur... Ich glaube, das sieht gerade ein bisschen cool aus. Das sieht gerade meine Schuhe aus hier. Trifst du die nicht, ne? Die treffen dich nicht, ne? Die treffen mich nicht, ne? Nicht so, wie die sein sollten. Ja, das sah schon gut aus. Ja, das sieht schon gut. Sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ja. Du kannst dich ja mit dem einen da vorne battlen. Oh, ich lasse ihn in Ruhe. Au, der hat mich ja jetzt mal getroffen. Von 40% auf 65. Ja, hast du gesehen, wie viel Vier das war? Nicht da wirklich klar, stopp. Ich mache auch Prozente. So ist es nicht. Natürlich. Ich meine, da liegt noch ein Geld, sagt Kevin. Wo bist du denn drauf? Du kannst doch kein Geld liegen lassen. Du, Junge. Denk an sich Geld, Kevin. Was ist los? Du darfst dich vergessen, ey. Alleine. Wir hatten doch nix. Bring'n Brot nach Hause. Bring'n Brot nach Hause. Am Meer. Habt ihr nochmal Bock auf'n Giant kurz? Wir können, ja, ich bin jetzt halb voll, ne? Ja. Gib' dem Bummer mal ein Protect. Ja, dafür muss ich Protect eben auf, äh, STRG 2 Satie. Hab sowieso nix. Das war mal ein kurzer Giant. Ja, deswegen, ah ja, Protect, genau. Hast du Protect bekommen? Nein. Müsste sie bekommen haben, das ist eine Leiste. Also, die sind Pilz oben, links. So einen komischen Pilz. Nein. Mach' nochmal, vielleicht hat er das nicht bekommen. Ja, jetzt müsste der ihn auf jeden Fall haben. Nein. Ich, ich hab' dich schon angeklickt. Geh' mal, geh' mal nah ran, Kevin. Geh' mal ganz nah ran. Wenn du zu weit weg bist, bugt er manchmal. Musst du ihn mir reinsetzen, Kevin. Oh, die kloppen Scheiße. Ich drück' schon die ganze Zeit rechts, Flick. Hey, ich hab' wirklich nichts, Kevin. Wetten, wetten, er hat's die ganze Zeit schon. Guck' bei mir in der Aufnahme. Gucken wir gleich mal. Wir sind bei 18 Minuten, Leute. Ach, zumindest. Dann würd ich sagen, ich moderiert ab in die nächste Folge. Danke fürs Zusehen und ja, äh, ja. Dat war's, tschüss. Lasst einen aktiven Daumen nach oben da. Ich hab' gesagt, tschüss. Folge ist vorbei, bye. Ciao, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020